Hast du schon gehört? Shirin David sendet eine direkte Nachricht an Mois und Anis. Kein Mann erhebt seine Anziehung. Deswegen möchte ich, dass wir Anis heute beistehen. YouTuber Mois erzählt seine Version, Anis erzählt ihre. Was wirklich die Wahrheit ist, wissen vermutlich nur die beiden selbst. Shirin David hat auf dem Frauenfeld-Festival deutlich gemacht, wem der beiden sie glaubt. Ein mutiges Mädchen hat sich getraut, öffentlich zu gehen und um diese Situation zu sprechen. Auch appelliert Shirin David nochmal an all ihre männlichen Fans, niemals so etwas zu tun. Shirin David glaubt an die Version von Anis. An welche Version glaubst du? Schreib sie in die Comments. Für mehr Rap-News mach das Plus weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.